So, nächster Try mit dieser Mission. Ich glaube, dass er sich vorhabe ist schon gut, aber ich muss mehr Leute rekrutieren. Das ist das Wichtigste. Wir müssen mehr Leute rekrutieren und ich muss hier direkt... Erstmal so stellen und so stellen. Hier ein hin. Ich habe natürlich schon mega viel Zeit verloren, weil ich die Dinger nicht gebaut habe. Das heißt, der kommt da hin, der kommt da hin. Gleich upgraden den Shit hier. So, und dann müssen wir das auch upgraden, weil wir hier nämlich direkt auch die beiden Dinger bauen müssen. Willkommen zurück übrigens zu Mars. Da noch dieselbe Aufnahme-Session. So, die Dinger durch Upgrade als Maximum. Rein auf die Maximumphase upgraden und dann hier hinten einen reinstecken. Das habe ich irgendwie auch gerade nicht gemacht. Einen haben wir noch übrig, den wir irgendwo reinstecken können. Dann müssen wir hier die Gebäude upgraden. Das ist wichtig. Die Leute haben wir schon rekrutiert. Und sobald die wieder weg sind, muss ich halt wieder genug Geld oder Ressourcen haben, um die wieder zu... Ab... wieder drei Leute zu holen. Das ist halt wichtig. Das ist immer doch gerade das Problem im Verlauf der letzten Welle, dass ich nicht genug Leute habe. Hier müssen wir auf jeden Fall schon mal auch anfangen zu bauen. Mal hier einbauen, der die Welle mit abfängt. Der kann da auch direkt reingehen. Und alle auf Max upgraden, um mehr Ressourcen zu bekommen. Dann müssen wir den auch upgraden. Zwei Türme reichen für den Anfang. Jetzt kommen gleich die nächsten Leute an, spaziert. Also ich werde jetzt den hier als erstes, als nächstes upgraden. Weil ich habe hier genug Zeit, bis die kommen. So und das nächste, was wir machen, ist hier 360 sparen, um da Ressourcen zu holen. Obwohl, das können wir gar nicht, weil ich muss ja hier demnächst die drei Dinger bauen. Danach können wir es machen, wenn wir die 200 haben, die jetzt geupgradet auf Max. Die beiden kommen noch rein, noch auf rein. Und jetzt ist das nächste erstmal, das Ding hier auf Level 3 zu upgraden. Und dann werden wir die upgraden und dann werden wir die Leute holen, das ist das nächste. Ich habe vorhin gesehen, ich habe über 3000 Ressourcen gehabt. Das darf halt nicht sein, ich muss die Ressourcen immer auskriegen, egal für was. Und das schaffen die da oben locker. Max upgraden, der ist jetzt auch auf Max. Ressourcen haben wir und jetzt Leute anfordern. Danach kommt hier unten die Welle, das heißt, da muss ich hier auch schon anfangen. Das kommt jetzt als nächstes. Das ist ein gefährlicher Anfang halt. So, die passen. Hier schon mal anfangen zu bauen. Das muss ich upgraden, weil ich brauche noch einen. Wo ich muss jetzt anfangen, hier das Faktzentrum zu bauen. Der müsste die Range bis hinten haben. Genau, es ist wichtig, dass der die Range bis zum Dingsbums hat. Wird unsere Basis repanieren. Ich glaube, es ist zu spät gewesen, oder? Ne. Da sind doch welche durchgekommen. Durchgekommen. In den Dünnen. Und so gelassen, es ist gebannt. Ich habe die Bange abgeschleppt. Hier ist man hier jetzt, oder? Verstärkung ist dringend. Wird repariert. Wird repariert. Das ist natürlich scheiße. Da waren doch mehr als ich dachte. Ich zeige dir die Aschka, dass die jetzt hier schon ankommen und ich habe den Raketentower noch nicht da stehen. Das ist sehr bitter für mich. Ich bin zu spät das Tech-Zendung gebaut. Ich kann hier aber auf jeden Fall schon mal anfangen Paddies zu setzen. Zwei werden nicht reich, nicht bockert. Eine Raketentower, das ist wichtig. Oder ich baue hier halt noch einen hin, das geht halt auch. Ich bin zu spät angefangen mit dem Tech-Zentrum, hätte ich vorher machen müssen. Ich bin zu spät, sondern ich bin zu spät. Ich hab die Kommdorisch. ja das ist ein scheiß, das ist ein scheiß, äh, dings gewesen ich muss halt mindestens einen, der, ich muss den einen Tower zu, äh, in die Defensive stellen fuck ey, das ist schwieriger als ich dachte das muss halt im, im, im Early Game schon extrem gut funktionieren die Vorbereitungen müssen halt schon gut laufen hier gleich anfordern es geht halt immer darum, so viel Zeit wie möglich zu machen alle erstmal auf die H2 bringen fangen gleich runter ich könnte sogar schon anfangen, glaube ich so, das ist hier am Anfang, also die erste quasi nicht so schwer die müssen auf Max sein, das ist wichtig und dann geht es ja hier gleich weiter dann ist hier, dass die in Range sind wer in Range ist zu den anderen dass der in Range zu denen ist und der muss in Range zu denen sein dann müssen wir hier halt das Tech-Zentrum, das müssen wir gleich bauen und dann müssen wir die jetzt upgraden, das ist wichtig und ich muss hier anfangen, die Dinger zu bauen das ist halt auch wichtig vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen verkalkuliert da muss ich mal gucken komm, die Leute, es trifft sich gut auch noch einen jetzt bin ich ein bisschen spät dran, das ist nicht gut ich muss halt jetzt die Dinger hier upgraden dann werden wir die upgraden Bauch 360, erstmal Priorität, dass wir die Dinger auf Stufe 3 bringen damit wir unendlich viele Ressourcen bekommen dass wir warten jetzt bis wir die 300 haben die erste Wave ist nicht so schlimm und dann muss ich mit dem Raketenturm anfangen wir erstmal den noch upgraden auf Stufe 3 jetzt kommt der auf Stufe 3 jetzt muss ich die mir holen, 360 und dann muss ich das Tech-Zentrum bauen das Tech-Zentrum vorbereiten ich habe noch genug Zeit, weil die Welle, die zweite kommt erst an so, das heißt ich muss hier jetzt schon anfangen, die Türme zu bauen am Anfang geht das noch mit der Rotation aber bis zur letzten Welle, bis zur 14 Welle muss ich halt genug Leute haben da ist immer so gut wie möglich den ganzen Scheiß auf CD halten die schaffen das ja locker das haben sie schon bewiesen den werde ich auf jetzt müssen wir einen durchlassen hier anfangen hier anfangen wird gebaut unsere Basis wird an dem Bau abgeschlossen jetzt muss ich das irgendwo mal eingehen wird 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 geschlossen die unterschätze ich hier die ganze Zeit das ist nicht so gut wird auch hat die Türme wir kriegen das irgendwie gerade nicht gebacken da die Typen alle weg zu hauen was wie viele stehen denn da vorne dran unsere Basis wird angegriffen wird gebaut jetzt hat das geschafft der steht ein bisschen zu weit weg wird repariert Bau abgeschlossen so die müssen das wird ja noch nicht wird repariert Bau abgeschlossen das ist natürlich scheiße jetzt 700 das ist natürlich scheiße jetzt nicht genug Baumaterialien nicht genug Baumaterialien nicht genug Baumaterialien wird ausgebaut jetzt kommen die schon fuck ey jetzt habe ich einen der halt hinten die Range noch hat nicht genug Baumaterialien nicht genug Baumaterialien nicht genug Baumaterialien jetzt habe ich einen der halt hinten die Range noch hat schön dass sie zurück sind Doc so jetzt muss die Forschung mit dem Testaturm anfangen 300 kostet die und wieder Leute anfordern das wird jetzt auch wieder wichtig 360 und dann muss ich hier anfangen zu bauen nicht genug Baumaterialien Verstärkung angefordert so jetzt muss ich mal hier bauen dann wollen wir davon aus dass sie das hier schaffen Hereno Hửn, Hửn, Hửn und Hửn Ak нав nic espe Hửn sm h depende Ok, Los locker die wellen steuert so die können da jetzt erstmal reinlatschen da kommen jetzt auch schon welche die schütte her hier brauchen wir den turm wird repariert bau abgeschlossen wird gebaut bau abgeschlossen Verstärkung wird ausgebaut bau abgeschlossen wird ausgebaut bau abgeschlossen da kostet halt auch keinen slot mehr frei holy shit schnell den slot freischalten bau abgeschlossen bau abgeschlossen bau abgeschlossen oh nein fuck kannst du schon wieder vergessen ok 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 ich glaub ich mach mal hier eine kleine pause ich muss mal ein bisschen in mich gehen wie ich das jetzt am besten mache ich muss halt viel schneller sein ich hab schon ein paar mal bis zur letzten Phase bis zur letzten Welle geschafft aber irgendwie naja gut und sehen wir uns in der nächsten Runde wieder tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.